Ich habe doch gerade den Boss. Hä? Was zum... Ach, da oben. Okay. Was ist mit der Musik? Wow. Das sieht affengeil aus. Das ist einfach zu geil jetzt, weil ich auf Omni-Musik ausgeblendet ist. Wir sind angekommen. Was ist das, Ella? Was ist das? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. What? Zelda, schnell, ins Portaten. Link. Nimm dies, du wirst es benötigen. Du hast die Dürre der Götter inhalten, aber im Moment hast du andere Probleme. Ja, warte euch. Oh je. Link. Alles in Ordnung? Danke, es geht. Link. Du musst die Hüterin des Siegelheims besuchen, sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Okay, sie hat das brutal zerstört und Zelda ist erstmal sicher. Das ist schon mal gut. Ach, Link. Ich habe es ja wohl zu gnädig zu dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen, aber merk dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Oh, what? Ja, ich möchte speichern. Oh, what the fuck? Bitte, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zelda's Aura nicht mehr. Okay. Aber das Ding kam mir in irgendeiner Weise bekannt vor. Oh, einfach nur von der Macher her. Okay. Äh. Okay, äh. Will ich auch so fangen? Okay, äh. Will ich auch so fangen? Ich möchte ganz kurz... Danke. Äh, ja komm. Renéa, weiße. Das ist okay. Habe ich schon genug von. Danke. Okay. Ich muss ja was zu berichten haben, wenn ich die auf einem eigenen Kriegsslot habe. Ähm. Würdest du? Danke. Hm. Wo ist dieser Tempel? Die Ameisen lasse ich jetzt einfach mal. Wo ist dieser Tempel? Ach. Ich probiere mich mal ganz kurz. Äh. Mit dem Mokeroen erstmal reden hier. Oh. Du, du warst drinnen. Was sagst du da? Es gab einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen. Aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegelhallen. Ich habe zu tun. Ja. Okay. Wir. Summen. Warte mal. Der Haufen da drüben. Ja. Okay. Ähm. Ich will einmal kurz speichern nochmal. Und der Siegelhallen. Wo war der denn? Ich würde mal sagen. Ähm. Sonst wollte ich mich nicht mehr auf dem Schaden. Ja. Jo. Zurück. Zum Walkenhaus. Ja. Dann rüchte ich nämlich einmal ganz kurz hin. So. 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 Ich habe jetzt keinen großen Plan wo ich eigentlich hin will. Ah. Weil wer ist so Siegelhallen. Aber ich möchte eigentlich einmal kurz. ähm. 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 quasi einen kleinen Überblick verstanden. Und einmal zu dem Stein. Um zu wissen ob vielleicht irgendwo noch was ist. drum ist zum Beispiel noch eine deaktivierte Truhe. Stein. Ich komme. Hm. Und er hat mir nichts zu sagen. Ähm. Jetzt habe ich keine interessanten Visionen für dich. Willst du eine alte Vision sehen? Nein. Okay. Zum Siegelhallen. Ich möchte noch einmal kurz. Aber. Du du du. Soll ich schon mal zum nächsten laufen? Was soll ich mit der Harfe? Ich will einmal zur Statue der Göttin. Mal gucken ob irgendwas. Ah interactiv 따라� taxi. Interessantes daraus. Hier oben. Aber kann ja eigentlich noch nicht. Warte jetzt… Moment der Siegelhallen. Der Siegelhallen. Kürbis, Müsse, Bambus, Müsse, Wüsste was? Wahrscheinlich zum Wald. Da ist auch ein kleines blaues Dreieck dran. Ich möchte aber kurz was nachsehen. Ganz kurz mal. Halt schon mal nichts Neues. Also vielleicht die große... Du hast was Neues. Zumindest ich habe ein neues Rezept gefertigt. Ich nenne es Wundergebore, den Ausdauertraum. Na, klingt das nicht großartig. Zu dir, Nems, verrat sich deine Ausdaueranzeige für eine gewisse Zeit langsamer. Zumindest du hast da ein wenig teuer, aber dafür unglaublich. Aber sprichst du mich an, wenn du eine verstorben Koppel bist? Okay. Joa. Mein Gott. So, ich will aber noch kurz in den Wald fliegen, wenigstens. Ich will wenigstens nachher weiß, wo ich hin muss. Also zum Wald. Zum Wald, zum Wald, zum Wald geht es da. So, auf geht's. In den Wald. Danach werde ich wohl schon... Das heißt schon. Ich bin jetzt fast zwei Stunden am Aufnehmen schon wieder. Ich habe den kompletten dritten Tempel erfolgreich beendet. Und hab wieder alles gefunden, meiner Meinung nach. Also nichts mehr angezeigt. Nein. Upstairs. Das ist so. Das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020